Hallo liebe Frischer-Fans, morgen ist es endlich soweit. Das erste Spiel gegen den SC Magdeburg, 15 Uhr, hier in der Hölle Süd. Wir brauchen eure komplette Unterstützung und ich sitze jetzt hier gerade im Fanblock. Er ist leider noch leer, aber ich hoffe, das ändert sich morgen und die ganze Halle, wir brauchen euch. Euer Marcel.